Welche Leistung verträgt eigentlich so ein Kohleschichtwiderstand, bis er abraucht? Das finden wir im heutigen Video raus. Wir starten mit 1 Volt, 100 Milliwatt. Das packt der Widerstand noch ohne Probleme. Da ist er in der Spezifikation. Jetzt sind wir bei 2 Volt, schon 400 Milliwatt. 3 Volt, 4 Volt. Jetzt fängt er schon langsam an, sich zu verfärben. Und da sind die Rauchzeichen. Ciao Widerstand, das war's. Aber fast das 5-fache der spezifizierten Leistung hat der Widerstand hier ausgehalten. Im UI-Diagramm seht ihr, dass bis 900 Milliwatt, also mehr als die 3-fache Verlustleistung, der Widerstand noch seine Eigenschaft gehalten hat. Und ab da hat er dann die Widerstandskennlinie von einem idealen Widerstand verlassen, aufgrund dem thermischen Tod. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch das lange Video an.